19. Januar 2016, Rückrundenauftakt bei der Neckarsucher Sportunion. Bei mir Thorsten Damm, der Trainer. Ja Thorsten, endlich geht es wieder los. Freust du dich drauf oder es ist doch ein bisschen kalt heute? Es ist kalt, deshalb bin ich ein bisschen neidisch auf die Spieler. Ingo wollte nicht mit den Spielern tauschen. Ich habe gesagt, es wäre ein gutes Los. Ich würde gerne mit den Spielern tauschen, weil die mit Sicherheit nicht frieren werden. Lauf doch mit. Wenn ihr nicht filmt dabei, mache ich das. Ja, gehen wir schön auf die Hintergröcke nochmal zurück. Wie zufrieden war ich mich ganz nah. Also vom Tabellenplatz her, muss ich sagen, sind wir alle stolz auf der Sondersportunion. Von der Optik her, vom Gefallen der Spiele war noch das eine oder andere. Man sagt, das könnte ein bisschen peppiger sein. Lass vom Tabellenplatz sind wir absolut zufrieden. Das hätte ich auch im Sommer unterschrieben. Bei dem zweiten Punkt gebe ich dir auch recht. Es war nicht immer von der Leistung her über 90 Minuten das, was wir uns vorgestellt haben. Es war oft so, dass wir super ins Spiel gestartet sind, haben dann kein Tor gestoßen und sind am Schluss noch im Rückstand geraten, haben dann wiederum irgendwann aufgedreht und wieder nur ein Tor bespielt und haben dann vielleicht nur unglücklich doch nur 1-1 gespielt. Da gebe ich dir schon recht. Ich muss immer wieder sagen, ich möchte noch so ein bisschen abwarten, wie wir uns präsentieren, wenn einfach auch mal konstant der ganze Kader in der Verfügung steht. Das, denke ich, hat ihn schon beeinträchtigt, weil wir viel improvisieren mussten, auch im Training immer eine ganz kleine Gruppe hatten und man das einfach in den Spielen am Wochenende dann psychologisch einfach mit ins Spiel trägt. Jetzt haben wir in der Winterpause einen neuen Zugang hier bei der Neckars-Number-Sportunion. Seba Hattin Öztürk, ich kenne ihn noch sehr gut aus Zeiten der Union Böckinger und des FC Union Halbbronn. Jetzt weiß ich auch von dir, du bist ein Trainer, der auf absolut taktische Disziplin steht und jetzt bekommst du einen Seba Öztürk, der eigentlich Fußball aus dem Herzen spielt, den du eigentlich gar nicht in taktische Zwänge reintun kannst. Wie glücklich, zufrieden oder wie eigentlich freust du dich auf ihn? Ja, ich freue mich auf ihn. Also wir hoffen ja, dass das alles auch dann demnächst mal in komplett trockenen Türchen ist. Ich sehe das anders. Ich glaube, ein Spieler, der Fußball lebt, kann, wenn das taktische Gerüst stimmt, sich eigentlich noch besser entwickeln, weil er auch weiß, was ihn erwartet von seinen Mitspielern und ihm das eine gewisse Sicherheit gibt, aus dem Grundgerüst, das wir versuchen vorzugeben, einfach sich frei, dann frei zu entfalten. Und ich denke, das wird seinem Spiel helfen und ich bin auch gespannt, wie er drauf ist und hoffe natürlich, dass er jetzt nochmal richtig aufblüht. Ja, wie gesagt, als ich kenne ihn, mir hat er immer Spaß gemacht und ich denke, den Spaß ist auch bei einem Mitspieler, ein sehr, sehr beliebter Typ, weil er halt ein Stück war. Und ich denke, das kann eine sehr große Bereicherung sein. Was können wir jetzt erwarten von der nächsten Sportunion in der Rückrunde? Was können wir erwarten? Also wir haben Ziele und die heißen, gut in die Rückrunde zu starten. Gut heißt von der Leistung her, genau. Und das auch irgendwo, was ich in Punkte widerspiegeln. Wir haben natürlich mit dem Nachholspiel Kracher in Göppingen gleich eine tolle Standortbestimmung auch. Wir fahren da hin, das ist natürlich noch eine Weile hin, aber man will kein Spiel verlieren, natürlich. Und das wollen wir auch nicht verlieren. Wir wollen dann zumindest einen Punkt mitnehmen. Bei einer Göppinger Mannschaft, vor der ich großen Respekt, also mir gefällt einfach die Mannschaft. Ich bin ein guter Trainer, eine gute Mannschaft, das passt und deshalb weiß ich das irgendwo einzuordnen, wie stark wir auch sind, ohne dass wir uns verstecken müssen, ohne dass ich es tief stapeln möchte. Aber Göppingen ist schon gut dieses Jahr. Ende der Saison, wo stehen wir? Ende der Saison haben wir das letzte Heimspiel, ist dann hier gegen Göppingen. Das heißt, wir stehen Luftlinie 70 Meter weg. Ja, da kann es nochmal richtig abgehen, oder? Und gucken, was passiert, ja. Das wäre eigentlich, Ingo, das wäre unser Live-Spiel, oder? Wo wir live übertragen können. High-Stream, ja. Neckarsoma Sportunion gegen Göppingen, vielleicht geht es da um den Aufstieg in die Oberliga. Ich glaube dran, muss ich sagen. Also mir wäre es lieber, das wäre vorher schon erledigt. Auf der anderen Seite, als Sportler, wäre das natürlich der Wahnsinnsabschluss, hier nochmal den direkten Aufstieg, hier direkt vor der Nase am letzten Spieltag, wäre fantastisch. Alles klar, Thorsten, dann danke ich dir, deine Spieler machen sich langsam schon warm. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hänge mich dran. Gut, danke. Unglaublich, immer zweistellige Temperaturen, heute gefühlte minus 10 Grad. Was lief da schief heute beim Wetter? Was beim Wetter schief läuft, weiß ich nicht, aber müssen wir mehr laufen, dass es uns schnell warm wird? Ne, ist natürlich nicht optimal, aber jetzt zum Training statt, ist jetzt kein weiteres Problem. Dein Trainer, Thorsten Lamm, hat ja gesagt, für ihn war jetzt Silvester, nicht unbedingt so der Bringer mit seinen beiden Hunden. Ja, wie war es für dich? Hast du gut reingefeiert? Ja, wir waren im Urlaub, haben versucht ein bisschen Ski zu fahren mit Familie, dann noch zwei befreundete Familien und haben dann Silvester verbracht. Aber mit Kindern ist es dann auch eher ruhig, also haben sie ein bisschen um eins, zwei durchgehalten und dann war aber auch Feierabend. Ja, dann geht es jetzt heute endlich wieder los, Trainingsauftakt. Wie ist das als Fußballer? Vorbereitung ist ja nicht unbedingt das, worauf man sich richtig freut. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon einige mitgemacht? Ja, einige ist gut. Ich bin froh, wenn hier mal die Vorbereitung rum ist. Ne, jetzt am Anfang ist es eigentlich immer noch schön, was mich freut, nach der, das waren es glaube ich sechs Wochen, mal wieder Fußball zu spielen und was zu machen. Hast du ja auch schon eigentlich durchtrainiert, ja. Sozusagen, ganz klar. Aber Vorbereitung gibt es definitiv Schöneres. Obwohl, also grundsätzlich ist es einfach das Schöne, ein bisschen sich zu bewegen und der Weihnachtsspekt runter zu trainieren. Ist schon okay. Da habe ich bei dir weniger angesetzt. Ne, noch geht es, noch geht es. Ja, kommen wir zur Konstellation. Wir stehen einen Punkt hinter dem Tabellenführer Göppingen, gleich unser erster Gegner. Was ist möglich in der Rückrunde aus deiner Sicht? Ja, möglich ist alles. Allein, du hast gerade gesagt, Konstellation, ein Punkt ist gar nichts. Es wird schwer. Ich denke, es sind einfach vier, fünf Mannschaften, die in etwa ein Level haben. Da wird oft die Tagesform, vielleicht mal ein bisschen Glück, Schiedsrichterentscheidungen mitspielen. Wir müssen hoffen, dass wir ein bisschen weniger Verletzungssorgen haben, wie in der Vorrunde. Ich glaube, wenn wir das haben, dann sind unsere Chancen auch wirklich gut. Und jetzt geht es darum, sich halt einfach fit zu machen und dann gucken, was rauskommt. Kommen wir noch kurz zu dir persönlich. Du hattest ein bisschen Verletzungspech in der Vorrunde. Hast du dir persönlich was vorgenommen vor die Rückrunde? Ja, am liebsten halt. Klar, zumindest keine schlimmere Verletzung. Weil die war jetzt die längste Verletzung seit ich Fußballspiel, jetzt mit sieben Wochen, was es glaube ich war. Also das ist so, wo ich einfach hoffe, dass ich jetzt die Rückrunde gesund bleibe. Grundsätzlich war aber auch die Verletzung ist vom Heilungsverlauf sehr gut gewesen, sodass ich doch noch relativ viele Spiele machen konnte. So war das auch nicht mitzurechnen. Ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt, dass, was weiß ich, jetzt so viele Tore schießen wird oder wie auch immer, sondern einfach erstmal gesund werden, fit werden. Und dann hoffe ich, dass wir uns mit der Mannschaft grönen können. Das wäre dann auch mein persönliches Ziel. Das wäre natürlich genial. Kommen wir noch mal kurz zur Vorbereitung. Das Trainerteam hat ja einige Hochkaräter auch, was Testspielgäten angeht. Ich glaube ich, Freiberg, Hollenbach, Waldorf. Gibt es was, auf das du dich besonders freust? Ich freue mich auf Hollenbach, ehrlich gesagt, so ein bisschen am meisten, weil da jetzt auch ein oder zwei ehemalige Neckar 11er Spieler wahrscheinlich hingewechselt sind. Und dass man einfach die wieder sieht. Deswegen ist das das, was ich mich so ein bisschen am meisten freue. Und ja, letzte Frage noch mal zur Vorbereitung. Auf was wird es jetzt ankommen in der Vorbereitung? Vielleicht auch neben der Kondition? Gibt es noch andere Dinge, die man auch macht? Ja, ich hoffe, dass wir dann erstmal genügend Leute sind, dass man einfach ein paar Sachen einstudieren kann, dass man nur, keine Ahnung, mit 5 gegen 5, 6 gegen 6 trainieren kann, sondern einfach mal ein großes Spiel, dass man da gewisse praktische Sachen einstudieren kann. Am Anfang sicherlich geht es erstmal um Ausdauer zu trainieren, dass wir da fit werden und dann einfach ein bisschen aufeinander abstimmen, dass wir im Defensivverhalten, was in der Vorrunde wirklich sehr gut war, dass wir das beibehalten, aber dass wir gerade dann in der Offensive einen Tick zulegen, weil da, glaube ich, haben wir dann schon noch die ehesten Schwächen gehabt. Allerletzte Frage noch, Marcel. Der TSV Ilshofen hat ziemlich aufgerüstet, auch zwei ehemalige Neckarsumer, die hingewechselt sind. Was hältst du davon? Also erstmal Glückwunsch, ja, es sind sicherlich gute Spieler. Ob das dann auch immer so klappt, das weiß man ja nie. Also ich habe schon erlebt, dass man im Winter verpflichtet hat ohne Ende und es hat gar nicht funktioniert. Andersrum macht man gar nichts und dann läuft es da nicht, dann sagt man wieder, warum hat man nichts getan? Ach, das ist immer schwer zu sagen. Grundsätzlich sind es definitiv erstmal gute Spieler, die Ilshofen gut tun. Ob das ihren Erfolg bringt, ich hoffe es nicht, aus persönlicher Sicht, aber da mache ich mir keine Gedanken. Ich denke, wir sind stark, auf das sollten wir uns vertrauen und alles andere wird sich eh zahlen. Okay, dann wünsche ich euch eine tolle Vorbereitungsphase. Ich bin froh, dass ihr mitmachen müsst, aber werdet ihr euch beobachten? Könnt ihr mal eine Einheit mitmachen? Lieber nett.